Es ist zu hässlich und groß! Oh, scheiße! Ich hab nichts, was ich sonst dagegen verwenden könnte! Das ist scheiße! Na komm, Isaac! Wollen wir schon cool bleiben! Ihhh! Weg! Ach so! Huah! 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 Ich glaub nicht, dass das Ding so kaputt geht, irgendwie! Ich glaub einfach nicht dran! Ich brauch Mund! Huah! 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 Geh da rein und erledige es! Es ist noch da! Am Arsch! Ich geh das Ding so auch so nicht kaputt! Ich brauch irgendwie... Huah! Ich hab was aufgehoben, was war es! Ich für mein Laser-Kater-Mundi! Ich hab keine Ahnung, was es war! Oh! Oh! Bleib da! Nein! So wird das irgendwie nix! Komm her! So! Jetzt aber! Komm! Gott! Äh! Mieses Gefühl! Mieses Gefühl! Ganz mieses Gefühl! Ah! Mama! Ah! Uh! Okay! Ich hab mir... ...funktioniert die Sache nicht so wie ich das will! Ah! Ha! 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 So wahrscheinlich jetzt... unglaublich... Du Scheiße! Scheiße, okay, er schießt immer fünfmal Gott, ist das Sie hässlich Oh, okay Komm schon, gib mal auf Halt's, Maul Oh, oh Jetzt verreck Ey Scheiße, wieso treffe ich Ich bin so schlecht Jetzt konzentrier dich mal Isaac Du willst doch leben So Äh, äh, schlecht Äh, das könnt ihr vergessen Ich hab keine Moon mehr Und kein Kopf Oder Oberkörper Oder sonstige Lebenswicht Notwichtige Dinge An mir Ja Jetzt müssen wir den ganzen Scheiß nochmal machen Oder was Wenn demnächst ein Shop wäre Wo ich mich ausrüsten könnte Nein Das gibt's leider nicht hier Das gibt's nur woanders Oh, Mann Wie soll ich das jetzt machen? Sag's mir! Das schaffe ich doch nie Verarsche Okay Ein Versuch haben wir noch Komm Auf in die Arena Ein Tritt Schwerelosigkeit Ja, ja Du mich ja auch Komm Gib's mir So, weg hier Ah Ja, geh weg Du fetter Arsch Ich will auf deinen Kumpel schießen Oh, oh Aua Oh, keine Moon mehr Toll Wenn keine Moon da Dann ist schlecht So, jetzt Plasma-Karte nachladen So Na komm schon Weg hier Komm schon So Jetzt aber Komm her Diesmal machen wir das Oh, mir beschießt es mich ja eigentlich Das wäre mal ganz gut zu wissen irgendwie Jetzt mal den Kopf zu Oh, scheiße Was dumm ist, wenn du einen Filter machst am Ende Ja Oh, scheiße Ja, den konnte ich nicht mehr nehmen Das war auch cool Ich bin hässlich und ich stinke und ich bin riesig Habe aber gar kein Gehirn, weil ich nur Masse bin Dreckiges Etwas Und ich schieße da unten aus einem verwichsten Rand Ach, komm Leck mich doch am Arsch Ja, nimm's nicht Ist doch egal Du stirbst auch nur, wenn du's nicht machst So, wie war man das jetzt Und dieser Schei Okay Okay Ich, ich hab Nein Verpess dich du Drecksflieger Wo bist du? Komm her Ohne Scheiß Hier sind um die 20 Fliegen in meinem Gesicht Komm her Dich hol ich mir Komm her So 19 Fliegen in meinem Gesicht Oh, die schwirren hier Oh, Alter Ich tick aus Ich tick so aus Was wollt ihr von mir? Lass mich doch in Ruhe Mann Ist ja nicht so, dass ich schon genug zu tun hätte Aber ich hab schon genug zu tun Na komm Ich schülle dein Leben Hey, du scheiß Drecksarm Ich muss das vielleicht kaputt machen Ja, komm nur raus, du Arsch So Verpiss dich So Okay, da ist keine Moon mehr für mich Das Spiel ist auch gar nicht laut Auf meinem Ohr Und der macht's schon wieder kaputt Ich glaub ich spinn Ach komm Scheiße Wo ist es? Groüssig Du musst nicht Soh! Ach, komm, hör auf, so rumzuschreien. Du willst es doch auch. Du stehst da doch drauf. Ach, komm, jetzt hör auf, hier rumzuspucken. Das scheiß Gummibällchen, was es auch immer sein soll. Ist mir doch egal. Nein. Ach, scheiße, keine Muni mehr. Fuck. Okay, Muni, 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 Muni. Muni! Oh, weg hier, weg hier. Ist ganz schlecht. Hab ich's kaputt gemacht? Ich hab's kaputt gemacht. Ich glaub, ich hab gegen mein Mikro geschlagen. Scheiß Fliegen! Oh Gott. Ja. Isaac, du hast es geschafft. Hammond, hören Sie? Die Sauerstoffsättigung normalisiert sich. Er ist schon wieder verschwunden. Kein Zeichen seiner Rick. Dann müssen wir wohl ran. Ich habe einen Plan, der uns von diesem Schiff runterbringt. Dann müssen wir wohl ran. Wenn wir da runterkommen und ihn aktivieren, können wir vielleicht einen Notruf abwechsen. Oh Gott. Keine Ahnung, wie lange die Tür behalten wird. Dann müssen wir wohl ran. Gut, dass ich nicht alleine hier bin. Toll. Gott, ey. Aber das war jetzt schon ein bisschen habiger Kampf. Also. Ja. Das. Ja. War schon was anderes. Na komm, weiß ich. Jetzt kriegst du erstmal schon einen schönen Schokoriegel. Hier, dann hast du dir wirklich verdient. Da freut er sich. Da geht es gleich nach oben bei dem. So, wir schauen jetzt mal, dass wir einen Schok finden und das wieder ausrüsten können. Das gibt es doch gar nicht. Hä? Wo sind wir hier? Achso. Wunderbar. Soll ich jetzt erstmal schocken gehen? Aha. Also, ich brauche auf jeden Fall erstmal Inventar. Was haben wir da? Medipack. Medipack brauche ich auf jeden Fall so viele nicht. So. Halbleiter Gold. Weg. Luftkanister behalten. Plasma-Energie. Laserkanone. Ich habe keine Laserkanone. Ripperklingen. Alter, wie viele Ripperklingen habe ich denn bitte? Ich brauche auch nicht so viele. Plasma-Cutter. Das bleiben safe ist immer noch unser Impulsgewehr. Auf jeden Fall kaufen wir erstmal Plasma-Energie. So. Flammwerfer, aber auch noch Brennstoff. Hüpperklingen haben wir. Medipack, Luftkanister, Stase-Pack. Energiekronen für 10.000. Ne, wir lassen es erstmal. Wir lassen es erstmal. Haben wir jetzt hier noch vielleicht eine Werkbank? Das wäre Oberpremium. Aber ich glaube, dem ist nicht so. Leider. Nun ja, dann würde ich aber trotzdem mal sagen, dass ich hier eine kleine Pause mache. Nach dem Mega-Boss-Fight. Oh, jetzt trink mal irgendwie einen Schluck zu trinken oder sonst irgendwas. Ich bin doch voll müde. Und höö. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe nächstes Mal geht es mir den Ernst nochmal richtig in den Arsch. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Dead Space. Haut rein und ja, bis denn. Tschüss.